Vor einigen Wochen hat mir ein Freund eine E-Mail geschickt und mich gebeten, die mal genauer anzuschauen. Er wollte wissen, ob die E-Mail wirklich echt sein kann. Ich zeige euch die E-Mail mal hier. Seine E-Mail, die kam vermeintlich von Payback und da hieß es mit einem Hashtag Wichtige Info aus dem Handel. Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, damit Sie auch in den kommenden Tagen und Wochen sicher einkaufen und punkten können, finden Sie hier zusammengefasst die aktuellsten Informationen und Hinweise. Vor allem und am wichtigsten zum Schutz Ihres Kontos regelmäßig Daten aktualisieren. Da sind ein paar Rechtschreibfehler drin, könnte man schon stutzig werden und jetzt aktualisieren. Das ist also genau der Link. Geht man jetzt mit einem Rechtsklick auf den Link und sagt Adresse des Links kopieren, kopiert ihn hier mal oben rein, dann sieht man, dass der Link eben nicht Payback heißt, sondern Papayascrap.com slash Papa. Also hat nichts mit Payback zu tun. Damit konnte man relativ schnell schon feststellen, nee, das ist hier eine sogenannte Phishing Attacke. Hier versucht jemand an die Punkte zu kommen, die ein Payback-Nutzer vielleicht jahrelang schon gesammelt hat. Und nachher ist natürlich der Schock groß, wenn man in sein Payback-Konto geht und da entsprechend sieht, Punktekonto auf null leergeräumt worden. Und der eine oder andere von euch fragt sich jetzt, wie kann das sein? Wie kommen die an meine Daten? Was sind die Methoden derjenigen, die hier meine Login-Daten irgendwo herbekommen? Und vor allen Dingen, wer haftet für das Ganze? Wenn da ein Punktekonto ist, womöglich sogar im vierstelligen Bereich, ist das ja bares Geld wert. Und wer muss mir das erstatten? Muss Payback das erstatten? Bin ich selber für den Schaden verantwortlich? Wir schauen es uns an. Also bleibt gerne dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde, Beuger und Solmecke. Und falls euch rechtliche YouTube-Videos gefallen, dann lasst gerne ein Abonnement für diesen Kanal da. Ja, die E-Mail, die ich euch gerade gezeigt habe, ist kein Einzelfall. Offenbar hat zwar in der Corona-Zeit die Zahl der Wohnungseinbrüche abgenommen, dafür sind die digitalen Straftaten in die Höhe geschossen. Und so verwundert es nicht, dass selbst Punktekontos bei Payback gehackt und leer geräumt werden. Ja, auch diese Punkte des Prämiensystems, Payback, sind bares Geld wert. Ihr kennt bestimmt Payback. Mittlerweile wird man ja fast an jeder Kasse gefragt, haben sie ihre Payback-Karte dabei? Manchmal nervt mich das ehrlicherweise, dass sie das immer fragen. Aber gut, für diejenigen, die da den einen oder anderen Euro sich noch extra verdienen, ist das natürlich eine sehr sinnvolle Sache, dass sie da den Punktestand ordentlich aufbessern können. Aber manche Leute sparen ja vielleicht auf irgendeine Prämie und sparen darauf, dass man eben möglichst viel da hat oder wollen sich sogar die Punkte auszahlen lassen. Manchmal gibt es auch diese 20-fach-Punkte-Aktionen und dann ist es umso ärgerlicher, wenn nachher das Konto leer geräumt worden ist. Und wie kommen die Betrüger an eure Daten? Naja, das ist eigentlich nicht nur bei Payback so. Das habe ich jetzt nur als Beispiel genommen, weil ich diese E-Mail hatte und weil mir dazu mehrere von euch geschrieben haben, sondern auch wie bei anderen Phishing-Attacken so. Die Betrüger, die gaukeln euch mit irgendeiner E-Mail vor, die vermeintlich, in diesem Falle von Payback kommt, dass ihr euch einloggen soll. Darum geht es immer. Lockt euch ein. Das ist sozusagen die Message der Betrüger. Lockt euch ein. Und ihr geht dann auf die Seite von Payback, vermeintliche Seite von Payback, auf eine Seite, die täuschend echt aussieht. Lockt euch ein. Habt aber nicht oben die URL korrekt gecheckt. Habt also eher blind links auf irgendeinen Link in einer E-Mail geklickt. Habt auch nicht gesehen, ob die Übertragung verschlüsselt ist. Gebt eure Login-Daten ein und dann ist es eigentlich schon zu spät. Dann sind die Daten futsch. Das ist sozusagen die Phishing-Attacke, die hier von den Frauds dann angewandt wird. Also diejenigen, die euch abzocken wollen, an eure Daten rankommen wollen. Und diese E-Mails, die sind wirklich mannigfaltig unterwegs. So mannigfaltig. Ich hab mir das Ganze dann mal genauer angeschaut. Dass Payback da eine eigene Seite für eingerichtet hat, die will ich euch auch mal zeigen, wo die ganzen Phishing-Mails gezeigt werden. Also hier sieht man das. Achtung vor Phishing. Also die waren riesig davor, weil das echt ein Problem für die offenbar ist. Achtung, aktuell verschicken Daten, die gefälschte Newsletter und persönliche Kundendaten zu kommen. Zugreifen, Punkte sichern. Und dann sagen die auch, klar, das was ich euch auch als Tipp gegeben hatte, die URL muss immer payback.de sein. Also am besten ihr gebt payback.de ein und loggt euch darüber ein oder nehmt die Payback-Apps, sagen die jetzt hier. Also das ist so eine Phishing-Mail, eine Phishing-Webseite. Meines Erachtens ziemlich gut gemacht. Geburtstagsgewinnspiel, jede Woche Coupon aktivieren und so weiter. Es gibt dann nur immer eben kleine Fehler. Also vor allen Dingen die URL hier oben müsst ihr euch anschauen. Steht da am Anfang payback.de. Steht da dieses verschlüsselte Logo drin. Das sind alles Anhaltspunkte, mit denen man erkennen kann, ob hier jemand euch abzocken will oder nicht. Oftmals sind auch Tippfehler, haben wir auch vorhin gesehen, schon drin in der Mail. Aber naja, wer sich da genauer informieren will, geht einfach mal auf die Seite. Hier eben ganz viele Abzock-Mails, die dort unterwegs sind. Das ist die eine Masche, mit der hier Fraudster versuchen, an eure Daten zu kommen und euch abzuzocken, dann eben ins Konto einzuloggen und den Punktestand leer zu räumen. Ein anderer Weg, wie versucht ihr dann eure Daten zu kommen, sind große Passwortlisten, die vor allem im Darknet gehandelt werden. Ich selbst habe auch schon mal von Mandanten solche Passwortlisten zugespielt bekommen. Die haben die über Umwege zugeleitet bekommen und wollten jetzt wissen, es kann das echt sein, was ist da dran und tatsächlich die Passwörter, die waren für die Dienste, die dort ausgeschrieben waren, echt. Und das Schlimme ist, viele Menschen verwenden das gleiche Passwort auch für weitere Dienste. Das heißt, wenn da zum Beispiel ein Amazon-Account gehackt worden ist, klappt der gleiche Account möglicherweise auch für Payback und das nutzen die Betrüger natürlich schamlos aus. Deswegen ist es so wichtig, dass ihr euch darüber informiert, ob ihr schon mal Opfer eines solchen Hacks, solchen Datenlacks bei anderen Dienstleistern geworden seid. Ihr erinnert euch vielleicht noch daran, dass Vodafone einen riesen Datenlack hatte. Es gab im Sony Playstation-Netzwerk mal einen riesen Datenlack. Und wenn ihr dort bei Sony Playstation oder bei Vodafone das gleiche Passwort angegeben habt, wie bei einem anderen Dienstleister zum Beispiel, um hier bei unserem Videobeispiel Payback zu bleiben, wie zum Beispiel bei Payback, naja, dann haben die Betrüger auch ein leichtes Spiel. Da wollt ihr vielleicht wissen, wie ermittle ich denn, ob mein Account gehackt worden ist. Da gibt es eigentlich zwei ganz gute Seiten, die ich euch herausgesucht habe. Einerseits vom Hasso Plattner-Institut gibt es eine Webseite, da könnt ihr sehen, wurden meine Identitätsdaten ausspioniert. Ihr gebt also einfach hier eure E-Mail-Adresse ein und dann sehen die, ob ihr bei irgendeinem Hack dabei wart. Das heißt, die sehen zu, dass sie an die Daten aus dem Darknet kommen und wissen, welche Daten dort entsprechend kursieren. Und man sieht hier, pro Tag sind es 1,3 Millionen geleakte Accounts, die dort in die Datenbank eingespielt werden. Und auf dieser Webseite, haveIbeenpawned, kann man das gleiche auch noch tun, sind auch gigantisch viele Milliarden Accounts, die man dort entsprechend checken kann. Und man kann halt schauen, wo waren die letzten Breaches, also wo gab es die letzten Datenhacks. Und da sieht man die einzelnen Dienste, die gehackt worden sind, wo eben Tausende, hier sieht man irgendwie was, Millionen Accounts, die dann eben entsprechend online gegangen sind und dann im Darknet gehandelt werden. Und ihr habt für euch sicherlich auch die Pflicht, dort entsprechend nachzuschauen, ob ihr irgendwo anders gehackt worden seid. Denn ansonsten muss man sich nicht wundern, wenn die eigenen E-Mail und Passwortdaten auch bei anderen Diensten wie meinetwegen Payback eingegeben worden sind. Eine große Gefahr sind natürlich auch leicht zu erratende E-Mails wie 1,2,3,4,5, wie Schatzi 1,2,3 oder ich meine Passwort ist ein berühmtes Passwort, was viele nutzen oder testen. Das würde ich jetzt auch ehrlicherweise nicht unbedingt verwenden. Bleibt natürlich noch die rechtliche Frage, wer haftet denn, wenn euer Payback-Konto leergeräumt worden ist? Da muss ich leider sagen, wenn auf die vorgenannten Weisen man an eure Daten gekommen ist, ist das erst einmal euer Problem. Ihr habt die Seite gesehen von Payback, die informieren also darüber, dass es ständig solche Phishing-Attacken gibt. Sobald denen eine neue Phishing-Attacke zugespielt worden ist, wird die auf der Webseite veröffentlicht. Es gibt Kunden-Newsletter, in denen auf Phishing hingewiesen wird. Insofern ist das erst einmal in eurem Verantwortungsbereich, dass ihr die Links überprüft. Deswegen habe ich so darauf hingewiesen, geht mit der Maus da drüber, schaut euch den Absender an und checkt ganz genau, wer hier der Absender ist. Also das ist in eurem Verantwortungsbereich und natürlich auch, muss man sagen, ihr seid mündige Internetnutzer, wenn euch die Passwortdaten abhanden gekommen sind, weil ihr nicht zuverlässig damit wart. Wenn ihr überall bei allen Diensten das gleiche Passwort verwendet, ist das auch euer Problem und ihr bleibt dann auf den geklauten Punkten im wahrsten Sinne des Wortes sitzen. Und oftmals geht es ja dann so schnell, dass die Betrüger dann auch mit irgendwelchen Prämien oder Geldern, die dann da über verschiedenste Wege herausgeleitet worden sind, aus dem System ja auch schon wieder über alle Berge sind. Insofern kann ich nur sagen, seht zu, dass ihr dort die Tipps, die ich euch gerade mitgegeben habe, nutzt. Ja, dass ihr immer checkt, dass eine E-Mail auch wirklich von demjenigen kommt, der sie euch zugesendet hat. Geht einfach mal mit dem Mouse-Over über die einzelnen Link, geht mal mit einem Rechtsklick drauf, gebt einfach die Adresse des Dienstes wie Amazon.de, wie Payback, wie Ebay selbst ein. Wenn ihr da hinwollt, klickt nicht unbedingt auf die Links, dann kann euch da auch so schnell keiner etwas abfischen. Wenn die Apps haben, nutzt die Apps. Auch die sind wesentlich schwieriger zu manipulieren beziehungsweise manipuliert ist ja gar nichts. Letztlich sind ja eure Daten abgegriffen worden. Also das sind Tricks, die ich euch hier mit an die Hand geben möchte. Und natürlich, wenn ihr so etwas entdeckt, wenn ihr so eine Phishing-Attacke live, die Farbe quasi mitbekommt, weil ihr die E-Mail bekommen habt, dann informiert auch den wahren Anbieter und sagt dem, hey, ich glaube, hier werden deine Daten missbraucht oder hier wird deine Webseite missbraucht. Die wird manipuliert, die wird also nachgebaut auf einer ganz anderen Webseite. Wir wollten nicht nur darüber informieren und man sieht es eben bei Anbietern wie Payback, die nehmen das dann dankend auf und bringen das dann auch entsprechend zur Anzeige. Könnt ihr auch machen, Strafanzeige erstatten. Bei Payback ist es sogar so, wir hatten mit denen telefoniert, um uns zu informieren, was da die Sicherheitsmaßnahmen sind, dass sie sogar dafür sorgen, dass die Webseiten aus dem Netz genommen werden, auf die die Links dann gehen. Auch da gibt es offenbar Methoden, wie man dann an die Webseiten wieder drankommt. Auch da versucht man alles dafür zu tun, dass diese Kampagnen nicht erfolgreich sind. Aber natürlich muss man sagen, die Fraudster sind auch nicht auf den Kopf gefallen. Das ist ein ständiges Katz-und-Mauspiel. Also passt auf eure Daten auf, lasst ein Abo natürlich für diesen Kanal da und seht einfach zu, dass euch das nicht passiert, dass eure Daten nicht abhanden kommen und einfach sicher sind. Wer Lust hat auf diese beiden Videos, kann auch gerne reinklicken und wäre dann auch noch mit dabei. Wir sehen uns ansonsten mit neuem Content morgen schon wieder. Danke, dass ihr dabei wart. Tschüss und bis dahin.